Tugba Büyüküstün und Engin Akyürek, die leuchtenden Stars des türkischen Fernsehens und Kinos, haben gerne Spaß. Eine schwierige Zeit liegt hinter uns. Der lange und schwierige Behandlungsprozess von Engin Akyürek, der mit der Diagnose Kehlkopfkrebs begann, fand schließlich ein glückliches Ende. Der berühmte Schauspieler Inns wurde selbstverständlich aus dem Krankenhaus entlassen und kehrte zu seinem Zuhause und seiner Familie zurück. Dieses wichtige Ereignis erfreute auch die Fans des Paares. Hier sind emotionale Aussagen von Tugba Büyüküstün und die Details dieses glücklichen Tages. Kehlkopfkrebs, der letztes Jahr bei Engin Akyürek diagnostiziert wurde, hatte tiefe Auswirkungen auf sein Leben und das seiner Familie. Der berühmte Schauspieler kämpfte während des freien Prozesses mit großer Entschlossenheit und Entschlossenheit. Obwohl Chemotherapie und Strahlentherapie körperlich und emotional herausfordernd waren, erregte Engin Akyürek's entschlossene Haltung Aufmerksamkeit. Tugba Büyüküstün beeindruckte ihren Mann mit ihrer Unterstützung bei diesem Prozess. Tugba Büyüküstün Engin war schon immer eine starke Person. Anfangs hatten wir große Angst, aber Engins Kampfgeist hat uns geholfen, alles zu meistern. Tugba Engin machte mit der Liebe und Unterstützung, die sie während des Behandlungsprozesses zeigte, auf Akyürek aufmerksam. Während dieses Prozesses ermöglichten uns unsere Liebe und unser gegenseitiges Vertrauen, alles zu überwinden. Die Genesung von Inns war für uns die größte Belohnung. Für ihn da zu sein und ihn zu ermutigen, war mir wichtiger als alles andere, sagt er. Wir sind stolz darauf, diesen schwierigen Prozess gemeinsam zu meistern. In den sozialen Medien wurde viel über die emotionale Aussage von Tugba Büyüküstün gesprochen. abonusera. Alternativ aus dem hier Singen und defended dem. Untertitelung des Zipersais. Abonusera. Abonusera.